Hallo, da spricht der Dominik aus der Players Lounge in Paris. Die Eindrücke vom ersten Grand Slam Turnier sind natürlich ein Wahnsinn. Die ganzen Spieler laufen einfach neben dir auch über die Anlage. Einmal beim Training habe ich mit dem Platz mit dem Verdansko teil. Die schlagen sich alle richtig entspannt ein. Es ist nicht sehr ernst, was die machen. Es sind so viele Leute da, man muss sich über die Anlage drängen. Auf den 18 Plätzen ist jeder Platz voll von Zuschauern. Ich hoffe, dass ich keine blauen Flecken habe von der Durchdrängerei.